Im Winter hat ein Schild auf der Langlauffläube bevollen, bitte rechts zu bleiben, reste à droite, SVP. Und noch etwas möchte ich erzählen, das mir plötzlich klar geworden ist. In Bern in der Wandelhalle des Bundeshauses hat es an der Tilli oben ein etwas altertümliches Bild gemalt. Die Wanderer sind da oben mit einer blonden Dame, einem Hütchen, einem Begleiter mit Hut und Stock, einem jungen Mann mit einem Feldstecher. Aber oho, alle sind nackt. Blut, putti, blut. Das Bild hat den Untertitel Tourismus. Ich habe natürlich angefangen zu studieren. Sind das echt ausländische Touristen? Oder eher Schweizer? Vielleicht Apizeller? Ja klar, das sind Apizeller, und zwar die berühmten Nacktwanderer, die aus Apizeller ausser Hoden. Das ist die Schildern. Die Schildern. Oh, genau. Es gibt die Schildern. Also sind die Schildern. Wir haben es hier mit, du strechen und schildern. Die Schildern. Wanderer ist hier sehr wichtig. Vielen Dank.